Wählen Sie das Objekt und ergreifen Sie die Anfasser. Verwenden Sie die Befehlsleiste am Hauptfeld Bearbeitungsskala. Aktivieren Sie einen Befehl, um den Maßstab des ausgewählten Objekts zu ändern. Dann geben Sie einen Basispunkt und bewegen Sie den Cursor, den Skalierungsfaktor zu setzen. Geben Sie in der Befehlszeile Zeilenwert von der Tastatur. Wenn Sie das Aussehen verbessern möchten, drehen Sie dann mit der Maus-Scroller.